Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich bin mal wieder an der Leasing und habe hier etwas Merkwürdiges beobachtet. Ja, okay, hier sind etliche Fische drinnen, so kleine Fischchen, aber hier jede Menge Fischchen. Aber fällt euch auf, die Plättchen stehen hier im Bach. Also das heißt, es ist wie aufgestaut. Und jetzt habe ich natürlich gedacht, da muss irgendwo eine Staudammmauer hochgezogen worden sein, nicht wahr? Und hier sieht man es auch schön. Hier ist leicht überschwemmt. Hier sieht man auch, das Wasser steht hier. Jetzt sieht man das. Das Wasser steht bis hier rein. Und man hört es dort hinten schon rauschen. Und dort hinten ist durch Äste und Gestrüpp ist das Ganze irgendwie aufgestaut worden. Und das hört sich jetzt an, so wie eine Mini-Staustufe. So, Moment, gebe ich zur Seite. Und hier, ganz kurios, mitten hier. Aber das schaut aus, als wäre das künstlich aufgestaut worden. Weil die liegen alle in diese Richtung, wenn ihr schaut. Also das heißt, da hat jemand hier eine Art Staudamm erzeugt. Also das ist etwas Künstliches. Definitiv. Weil wäre es etwas Natürliches, dann wäre es irgendwo so kreuz und fern chaotisch. Aber das ist absichtlich gemacht. Und hier hinten sehen wir quasi den Stausee. Ende. Und hier oben. Vielen Dank.